So, dann wollen wir doch heute mal gleich in die Tagesaufgabe springen. Es ist nämlich nicht mehr so lange hin bis Mitternacht. Ich hab das ganz vergessen heute. Äh, ja. Kleiner Nasenbär, schnell runterkrabbeln. Wir würden ganz gern zu den Edelsteinen da hinten hin. Könnten wir rumlaufen können? Was? Ähm, also ja, wir kommen da schon irgendwie hin. Du kommst mit. Das Skelett könnte ein Skelett sein und kein Knochenhaufen. Bist du aber nicht. Oh, 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 oh. Das ist mit den Edelsteinen schon mal ganz schick soweit. 3000 Gold, fast nichts gemacht. Aber ne, ich seh keine Verbindung da oben hin. Das ist schade. Und da kommen wir nicht so hoch. Na, okay. Dann halt hier hin. Da hin. Und Blondine suchen, die ich hier irgendwo hab schreien hören. Die ich lauter schreien höre. Und da ist sie auch schon. Ja, Mist, die hätte ich mitnehmen sollen. Äh, Sproing. Wie komm ich jetzt? Ah, warte mal. Wir schieben das... Wir schieben das Ding einfach runter. Und das löst die Falle aus. Sehr schön. So. Du da hin. Da runter. Ne, da kommen wir nicht lang. Okay, schnell rechts rum, bevor durch der Geist kommt, weil ich trödel. Und die Sache hier einzacken. Teure Sachen zuerst. Oh, ne Kiste. Sehr schön. Mit einem Fallschirm. Äh. Also so häufig bekomme ich keinen Fallschaden. Aber trotzdem ganz praktisch. Hopps, hopps, hopps. Und noch ein Edelstein. Ja, doch. 12.000 Gold. Kein Schaden. Und Küsschen. Das ist ein sehr guter Anfang. Knutsch. Ich sehe rein gar nichts. Oh, oh, oh. Kletterhandschuh. Du bist gekauft. So. Nein. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Also als ich den Kiefer aus Versehen zergrätscht habe, kam so ein Wisss-Geräusch. Na gut. Bling, bling. Da hast du eine Stachelfalle mit einem brennenden Auge. Die wird aber nicht ausgelöst. Glaube ich. Irgendwo schreit eine Blondine. Hier in der Dunkelheit. Oh. Ja, okay. Oh, warte mal. Das ist auch noch gold. Zwar nur ein bisschen, aber wir müssen den Kletterhandschuh wieder ausgleichen. Nix drin. Da ist die Blondine. Oh, hier waren Schlangen auch noch. Äh, okay. Das ist jetzt nun nicht so toll. Dunkel und Schlangen. Überhaupt. Aber wir sprengen uns einfach hier durch. Sprengung Nummer 1. Sprengung Nummer 2. Weih und Licht mit. Oh, irgendwas hat sie erschlagen. Nicht weglaufen. Äh. Nenu, warte mal. Wo ist der Ausgang? Da sind so viele Edelsteine noch. Warte mal, der Pfeil muss jetzt da runter. Um mit Weihgefallen auszulösen. Dann nehmen wir sie mit. Und sehen nichts. Die Ronimo. Da ist eine Schlange. Ja, das ist wirklich die Schlangenrolle gewesen. Okay, dann können wir jetzt hier sprengen. Warte mal, du musst... Du musst irgendwo... In Sicherheit... Ja. Hätte ich mir denken können. Nein. Und wir kriegen auch Schaden. Und sie ist tot. Ja, okay. Wir müssen jetzt... Raus. Oh. Wir müssen jetzt raus. Ich gehe einfach raus. Das bringt nichts. Ich gehe in der Dunkelheit ohne Fackel und allem. Nicht schön. Ja, also hätte besser laufen können. Aber wenigstens haben wir die Kletternschuhe bekommen. Und die Spitzhacke. Die ist ja doch ziemlich praktisch. Komm mal her. Geht der Maus? Nein. Okay. So. Du kommst mit... Du kommst mit... Ah, ist ein Knutstand? Nee, nee, komm. Dafür will ich jetzt nicht mein ganz schönes Gold ausgeben. Das ist die Tagesquest hier, verdammt. Kletterhandschuh, lass mal los. So. Also nee, ich werde kein Gold ausgeben für ein Küsschen. Und ich werde sie auch nicht befreien. Aus dieser Knechtschaft. Also nicht durch bezahlen oder durch einfach mitnehmen. Das Ding explodiert nicht? Nein, okay. Runter. Da lang. Dich nehmen wir mal mit. Dich nehmen wir mal mit. Da oben ist eine Spinne. So. Sproing. Sproing. Wo wäre echt eigentlich von hier unten. Schade, dass man nicht nach oben pickachsen kann. Dann könnten wir quasi unter ihr ein Loch machen und sie mitnehmen. Aber dann hätten wir jetzt jedes Level nach hier Terroristen-Dingens und das ist echt nicht wert. So, vorsichtig. So, vorsichtig. Und dann hätten wir noch oben irgendwas mitnehmen. Nö. Dann war es das für mich schon. Raus hier. Kein Risiko. Absolut kein Risiko. Wir haben jetzt schon 40.000 Gold und Kletterhandschuhe und Klickeaxe und überhaupt. Und ihm sträuben sich die Haare. Das heißt, spinnen. Oh, da ist Kletterzeug. Äh, Peitsch. Peitsch. Die Spinne da oben wäre nicht schön. Also die große. Du, komm mal mit. Dich können wir auslösen. Aber da ist gar nichts. Würde ich gerne mal hier runter, bevor die Spinne kommt. So. Blondine. Blondine ist schon mal sehr gut. Hops. Au. 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 So. Äh, nee. Hier hätte ich gerne ein Loch. So, du runter. Du mit. Ausgang suchen. Ausgang gefunden. Ausgang. Oh. Freiräumen, wollte ich sagen. So. Mit. Rein. Sehr schön. Haben wir gleich fünf Küsschen, Herzchen. Dinger. Ich komm. Au. Das ist doch mal schick. Mit. Liegen lassen. Au. Wollte eigentlich durchlaufen. Okay. Au. Au. Hääääh. Ich sollte einfach nur weggehen. Und öfters nach oben gucken. Na, da ist echt nichts drin. Okay. Und scheinbar ist es wirklich so, dass jedes Mal, wenn man die Pickaxe nur x-mal benutzt auf einer Karte und dann die Karte wechselt, hat die Ladung wieder voll. Ja, wäre das, wo sie hat einfach sehr viele Ladungen. Und die Toten sind rastlos. Ich bekomme hier echt nur Special-Zeug. Was ja an sich auch ganz nett ist und so, aber... Ich glaube, kein so gutes Gefühl bei der Sache. Ash. Ah. Gewehr. Bin ja eigentlich... eher auf die Pickaxe fixiert. Aber man kann ja beides haben, hm? Katschink. Sehr schönes Geräusch. Au. Komm mal hoch. Jetzt machen die diese komischen Sprünge da. Oh. Fallschirm. Die Pickaxe ist oben geblieben. Schade. Da ist der Ausgang. Ne, komm. Das kann ja nicht schon vorbei sein. Ich führe die Pickaxe mit. Ja, ich kann entweder Pickaxe mitnehmen oder Schrotflinte. Ich glaube, Schrotflinte ist wichtiger. Okay, raus hier. Keine Blondine, immer noch zwei Herzen. Da, für eine Schrotflinte. Können wir Piranhas erschießen? Ne, da will ich nicht langer. Oder ist da links... Geht's da links weiter? Egal. Wir gehen hier lang. Da rüber. Da rüber... Blaue Frösche und ein doofer NPC. Au, au, nein! Einen Frosch hat mich platt gemacht und vor einen glatzköpfigen nackten Typen geschubst. Ja, na gut. Bestenliste. Hey, zweiter Platz. Sehr schön. Sogar ziemlich knapp vom zweiten Platz. Was haben wir noch so? Ah, okay. Heute haben wir nicht ganz so viele gespielt. Aber das passt schon. Na gut, für mich war's das jetzt schon. Das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Daily. Also, bis dann. Das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Daily. Bis dann. Bis dann.